das ist schick und ja ich sag hoff dass das schick ist bibliothek verbessern wieder ausbessern so schafft mir mal leichen auf dem friedhof das ist ja jetzt groß genug hier kann der folterkammer mal rein etwas kleinere wo wie sieht denn das hier aus nun gut ich denke mal ich brauche noch mehr ims das letzte was ich brauche ist platz für einen tempel das ist in die letzte große anschaffung die ich noch habe kommen meine salamander können das hier mal weg machen also hier geht es wirklich weitläufig das ist sehr schön hier die ersten vampire aus den gräbern steigen sammeln wir mal hier das gold ein bisschen ein verlegen es hier rüber bauen wir hier drüben auch noch am besten eine kleine schatzkammer auf ein salamander wurde unglücklich weil er keinen platz zum schlafen hat ist hier auch noch so ein gedöns ja tatsache brauchen wir hier am besten auch mal eine geheimtür ach ich lass mal horny hier wüten so viel spaß horny das ist da oben weniger schön nein wird sie nicht die wird verkauft so okay auf der seite wütet horny schon mal ordentlich okay hier fallen sie von allen seiten ein ich muss dringend diese portale loswerden ein salamander wurde unglücklich weil er keinen platz zum schlafen hat ist erstmal egal ich brauche meine leute hier kann ich horny in einen ordnen auch falls horny euch zu rufsessig schluss wir haben es aus eurem reich hinaus werfen euer zauberspruch donnerschlag wurde verbessert so horny ist ja jetzt eh schon weg okay schnell den helden eingang einnehmen vor da gleich wieder was neues garstiges rauskommt und ihr geht mal weiter in die richtung äh tote schnell aufsammeln beziehungsweise verwundete ihr braucht einen kerker um gegner sicher zu verwahren okay mein vampir ist gestorben das ist weniger schön und ihr solltet trainieren und euch nicht gegenseitig foltern machen wir auch gleich mal den trainingsraum größer und errichten hier einen tempel wenn wir können ihr könnt euch den bau dieses raumes nicht leisten ihr habt einen gegnerischen wachraum erobert äh nein nicht die teufler auch nicht die trolle was mache ich gerade hier da einschlagen und zwar schnell euer zauberspruch symbiose wurde verbessert ein vampir ist auf eurem friedhof aus dem grab gestiegen sehr schön äh habe ich schon gold zum ausbuddeln nein habe ich noch nicht dann buddelt mir mal hier das gold hier aus könnt ihr euch gleich auch bis zu dem portal hier nein ich glaube das hier ist jetzt gerade wichtiger ah das hier ist jetzt das naja was erwarte ich das ist die letzte mission die wird nicht vom pappe sein die letzte mission du da da sucht ihr schlafplätze euer zauberspruch heilen wurde verbessert so eure portale haben so viele geschöpfe angelockt wie sie können ich helfe hier mal ein bisschen mit dem erdbeben nach dann geht das schneller da ist schon mal das portal nämlich nicht mehr im weg und ich kriege geld für den tempel so ganz schnell hier einreißen da kommt ich helfe nochmal nach euer zauberspruch böser blick wurde verbessert jetzt müsste das kram hier schneller gehen da ist schon mal das heldenportal ausgeschalten ach und die kommen nicht zu mir durch weil sie den weg nicht finden und hier müsste es dann wohl zum großen bösen gehen ja das sieht aus wie das königshaus schnapp ich mir gleich mal ein imp der hier für mich die bodenplatten belegt na schnapp ich mir noch ein imp ihr habt eine gegnerische schatzkammer erobert oh da kommt schon wieder ein kampftrupp dann sollten wir uns da gleich wieder zurückziehen macht man eben zum glück schon und da ist auch ein kampftrupp rausgekommen Mist das ist weniger schön werfen wir denen mal alles mögliche entgegen mal sehen ob ich diesmal den ritter erwische ja dann bringt euch mal wieder auf dem eigenen ritter so macht mir schnell diesen stein weg kein salamander wurde unglücklich weil er nichts zu essen hat ihr habt einen gegnerischen wachraum erobert schnell das hier einnehmen gut gemacht ihr habt das aufmarschgebiet und die zugangsroute der helden vernichtet ihr habt einen gegnerischen raum erobert ja aber jetzt haben wir schon mal wenigstens das los wie oft mache ich hier noch mache ich hier doch einfach ein Beben hin das dürfte die Tür nämlich zerstören oder auch nicht äh weil die mich wirklich überall ärgern gerade na gut ein Heldentor bin ich los geworden da kommt schon die nächste Marschtruppe ich brauch dringend mehr Mana ich muss Horny rufen grabt hier durch bäh Das ist gerade eine Katastrophe Arena wird angegriffen Das wird angegriffen Ihr habt eine gitarische Schatzkammer erobert Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hatte Eure Arena wird angegriffen Helft hier beim Buddeln, so Wenn ich jetzt nur noch die Helden von dieser Seite habe Lürfte das dann nicht mehr ganz so anstrengend werden So, noch ein Portal Goldverlagerung Man, gibt's hier Tote Und man brauchen die ewig, um den Block da wegzuhauen Eure Arena wird angegriffen Ja, soll sie doch Hol mal die eisene Jungfrau da raus So Ah, Verschnaufpause Oder auch nicht Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen Ah, schwarze Elfen Die will ich doch gar nicht in meinem Dungeon haben Komm, weg mit dir Die Götter haben euer Opfer angenommen Gut gemacht Ihr habt das Aufmarschgebiet und die Zugangsroute der Helden vernichtet Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert